Wird es zur Gewohnheit, dass Sie ständig überall reinplatzen? Tut mir leid, es dauert nicht lange. Als Brenda hier in die Familie eingeführt wurde, ist da mit jemandem der Gaul durchgegangen? Im Pferdestall blieb alles ruhig, soweit ich mich erinnere. Und es wurde auch nicht vom verbotenen Baum genascht, falls Sie das andeuten wollten. Und jetzt müssen Sie wieder gehen. Sie haben ihm vergeben? Es gab nichts zu vergeben. Es war eine kindische Schwärmerei. Ja, ich verstehe. Und dann wurde Liebe zu Hass. Der Grund, weshalb mein Mann Brenda hasst, ist der, dass er denkt, dass sie seinen Vater ermordet hat. So einfach ist das. Aber Sie denken das nicht. Wissen Sie mehr. Sie müssen jetzt gehen, Mr. Held. Oh, ich bin noch nicht fertig. Das ist doch nicht zu verpassen. In jener Nacht hat Ihnen Ihr Mann den Scheck von seinem Vater gezeigt. Sie wollten, dass er ihn zerreißt. Das hat er aber nicht getan. Ist Ihnen da klar geworden, dass es kein Entkommen aus diesem Haus gibt, solange Ihr Schwiegervater am Leben ist? Ja. Genau dieser Gedanke ging mir durch den Kopf. Aber jetzt ist er tot. Und wir können weg. Eine Sache noch.